Musik Hallo liebe Skat- und Rommi-Freunde, die Firma Skatreisen Schäfer führt seit über 20 Jahren weltweite Gruppenreisen verbunden mit Skat- und Rommi-Turnieren am Urlaubsort durch. Seit 1992 sind wir offizieller Partner des Deutschen Skatverbandes, aus dem auch alle unsere Turnierleiter vor Ort kommen. Unsere Reisen sind aber nicht nur was für den ambitionierten Skat- und Rommi-Spieler, sondern auch für den reinen Hobbyspieler bestens geeignet. Für Nichtspieler bieten wir immer ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Ausflügen, Wellness- und Abendveranstaltungen an. Beliebte Ziele sind in unserem diesjährigen Reiseprogramm 2010 unter anderem Mallorca, Malta, Österreich, Bulgarien oder die schöne Türkei. Musik Ja, geht in Ordnung. Okay, danke, auf Wiederhören. Hallo liebe Skat- und Rommi-Freunde, ich bin die Sandra von Skatreisen Schäfer. Wenn Sie anrufen, landen Sie genau hier in unserer Mutenzentrale. Informieren Sie sich über unsere Internetseite www.skat-reisen.de oder rufen Sie uns persönlich an unter 02443 98 97 18. Danke, bis bald und allzeit gut platt. Musik 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 Musik